Eero hinterlässt auf der linken Außenbahn nur noch eine Staubwolke. Eero mit dem guten, langen Schlag. Gefährlich. Boah, Freunde, was für ein wunderbares Tor. Die werden hier komplett auseinandergenommen. Das tut einem als neutralen Beobachter ja regelrecht weh. Die werden auseinandergenommen und in ihre Einzelteile zerlegt. Sie sind Company. Die werden mit dem Beobachter auf den Ball von Siemens. Die werden mit dem Ball von Siemens gefallen. Die werden mit dem Ball von Siemens gefallen.